nein das sind wir noch die gleiche in turn willkommen in der traumakademie fanny das hier ist die eingangshalle dort empfangen kannst du dich für die verschiedenen kurse anmelden außerdem gelangt man von hier aus zu allen anderen richtungen innerhalb des geländes ja dann lass uns kämpfen findest du mich auch weil leider ist es dort schulordnung verboten na scheiße ich habe ich den gesprochen aha fanny und nie wieder wie war eure reise zur akademie wahnsinn der tank dafür gebiet wohl nie wieder unsere akademie kann sehr stolz auf sie sein nun von unserer schulsprecherin mit dem sprang hatte ich auch nichts anderes erwartet danke dass unsere neuzugang herfürst nie wieder kein problem immerhin sind wir doch freundinnen stimmts wenn ich bitte nein drücken oder fällt mir etwas ein sind mitglieder von team star begegnet wahrhaftig wo ist das gewesen am unteren ende stufe vom eingangstor sind mein mädchen mit evoli rucksack in die enge betrieben das sind alarmierende neuigkeiten sind sie immer noch da nee die sind weggegangen weil ich sie vernichten geschlagen habe nein fanny hat hat ihnen hat ihnen ordentlich gezeigt und sie verjagt auch interessant es ist gut andere zu helfen aber vielleicht solltest du es zum schulempfang erst einmal langsamer angehen lassen fanny die mila denk bitte daran in solchen fällen auf der stelle einen lehrer bescheid zu sagen sei bitte nicht die petz die mila ja verstanden ein mädchen mit einem evoli rucksack meinst du das wird wohl cosima sein es ist schön zu hören dass sie zum unterricht kommt auch eine sache noch eine mila wärst du so gut senior jim von eurer begegnung mit team star zu berichten er ist schließlich euer klassenlehrer hat gemacht direkter clavel ich merke gerade dass der unterricht bald beginnt jetzt fall solltet euch auch geschwind zu eurem klassenzimmer begeben und wenn ich zeig dir den weg zu unserer klasse und dem weg unsere klasse ist die 1a ich hab wir sind halt 1a ne erstens kriegen wir den weg erspart aber dafür in etwas längeren ladebildschirmen nicht mehr die schüler sind flüssig alter guten morgen senior jim guten morgen alle miteinander heute gibt es aufregende neuigkeiten na seid ihr neugierig na klar und wie entschuldigt die spät ankündigung aber ab heute wenn wir einen neu zu haben wir einen neuzugang in dieser klasse das ist die allererste klasse wann sind wir bitteschön dazu gekommen was das für jemand ist kurz reinkommen nur keine scheu ja grüzi servus grüzi alle miteinander wärst du so nötig vorzustellen ein bisschen schroffer sie wirkt so cool und gelassen du hast offenbar das interesse der gesamten klasse äh der gesamten ganzen klasse geweckt fanny hast du den äh jemanden eine frage an eure klassenkameraden ich ich darf ich du hast dich ja dazu entschlossen unserer akademie zu kommen also was ist denn ziel für die zukunft ich will der allerbeste sein es wirst du bestimmt ganz sicher du und ich wir werden zusammen die allerstärksten ey du bist schon schön weil du bist fein raus da ja danke dass du ein bisschen was über dich verraten hast fanny ich bin schön der biologie lehrer der akademie und außerdem der klassenlehrer den platz ist dort in der zweiten reihe der letzte der noch verfügbar ist also dann ich hoffe ihr kommt alle gut miteinander aus und lernt fleißig zusammen ja senior jim ja senior jim kannst du das frei die akademie erkunden es gibt im bild hinsetzen kampfkurs mathematikkurs kann man jetzt echt schulfächer machen die karte personen zu sehen sind interessant für dich weit hätten cool lehrerzimmer warum ist nimila im lehrerzimmer der komische typ ist in der mensa was ist nimila hier echt nicht die ist echt schon gegangen lässt sie mich hier einfach alleine ich möchte erstmal in die mensa gehen ich möchte den typ nur meine reinhauen man darf echt nicht durch nicht nee langsam wird es echt oh unser rohr ist wieder ein gutes spiel ja aber so langsam habe ich so das gefühl dass es echt kein gutes spiel mehr ist rotom gibt es natürlich ist das wirklich Obst was ist das hier vorne also könnte ein drapfel sein ne rotom in der mikrowelle willkommen was kann ich mir denn für essen kaufen und wie teuer ist das wie viel wollte ich mich abziehen 1000 siebenhundert mhm sind wir bei Starbucks mit Subway oder wie hallo ja aber triebe schön ich möchte aber mit dem idioten hier rechts neben mir sprechen du bist gemeint ja na so trifft man sich wieder mk du weißt noch wer ich bin mk kenn wir uns mk echt jetzt ich hab dir noch ein Pokémon vor mir Reitung gegeben mk ich dachte ich hätte dir... äh ich hätte mich da gar nicht vorgestellt mk ich heiße Pepper mk Ja, du brauchst ihn dir vorstellen, dein Name ist Fanny, m'kay. Der ganze Akademie redet über dich, m'kay. Weil du zusammen mit der Schüler sprecher, wenn du hier aufgekreuzt bist, m'kay. Ich weiß nicht, warum ich Mr. Mackey für ihn ausgesucht habe. Normalerweise sitze ich keinen Fuß bei der Akademie, m'kay. Aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um die kleine Berühmtheit zu treffen. Ich hätte dann nämlich eine Bitte, m'kay. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meine Träume in Wirklichkeit werden zu lassen, m'kay. Was denn für... Wovon redest du? Ja, hab ich die Neugier gemacht? Ich neugierig gemacht, m'komm was. Hm, das wird jetzt vielleicht überraschen, aber ich lebe Picknicks, m'kay. Hm, und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an, m'kay. Alter, Kochwettkampf, sehe ich sofort. Hm, ich recherchiere im Moment Gerichte, m'kay. Die Pokémon gesund machen. Letztens habe ich im Buch im Kapitel über Gewürze gelesen, m'kay. Die ganz flott fit machen sollen, wenn man sie zu sich nimmt. Hm, sie werden Gewürze, Keimgewürze genannt, m'kay. Hm, von diesen Keimgewürzen soll es insgesamt fünf verschiedene Arten geben. Hm, aber bedenkt, ne, Kinder, Drogen sind schlimm. Drogen sind scheiße, Drogen sind schlimm, Drogen machen das Leben kaputt, m'kay. Hm, braucht nur Gewürzpulver zu lecken, schwupps. Hm, der Kopf enthält Nährstoffe. Man fühlt sich danach wieder fit, das könnte echt so Koks oder so sein. Äh. Hm, Kreislauf kommt in Schwung. Der Alterungsprozess wird verlangsamt. Hm, das Immunsystem gestärkt, m'kay. Hm, angeblich sind die Gewürze nur hier an ein paar Däher geben. Und sie sind super selten, m'kay. Aber die Gewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Ernsthaft, das gibt es ja auch noch. Sind das die Arena-Kämpfe, oder wie? Deshalb findet man sie nicht so leicht... Deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger, m'kay. Hm, ich konnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon nur ungefähr so aussehen. Äh. Das Monster, die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Die stiegen tiefer hinab und erblickten kompakter. Äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähneln. Jedoch mussten wir, äh, uns vorerst zurückziehen, der ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreto und schwer verletzt, sondern erlitten hat. Das sah ich, sondern aber aus. Äh, durch Zufall gelang ein Mitglied, die Observation des Observationstrupps dieses Foto. Ähm, chances Pokémon gibt's doch. Ich hab's vor Augen, es ist ein Boden-Pokémon. Äh, von Funpi, die Weiterentwicklung. Ne, Kupfer, ne, von Funpi war ja letzte Generation. Hm. Dann weiß ich doch nicht. Von, von so einem kleinen Elefanten, der so, äh, einen orangenen Strich jedenfalls drauf hat. Äh, ach, Donphan. Da steht's ja sogar. Zwei-Signatur entfernt den Pokémon Donphan. Dort, äh, äh, Textur ihres Körpers sowie der Art der Frontbewegung. Äh, nachzuurteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ich verwende die Gewürze ja gerne nur selbst, Buchstaben. Ein Pokémon-Kampf ist nicht, meine Stärke. Ja, hab ich gesehen mit einem scheiß Raffel. Hm, vorhin mit starken Pokémon hab ich keine. Hm, kein. Hm, und ich schüler spreche, würde ich nicht um, würde ich nicht um Hilfe bieten. Ja, die würde doch bestimmt mitmachen, oder? Die ist doch nett. Jedenfalls, mh, erkennen wir sie so. Ob sie jetzt wirklich nett ist, sei der mal dahingestellt. Hm, aber scheint sie eine gute Kandidatin zu sein. Hm, also obwohl du dir die Fragen und dann mir nochmal helfen würdest. Okay. Was per... Also ich... Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass du dazu jetzt geforscht wirst. Wenn ich nein gesagt hätte, dann hätte er irgendwie was gesagt. Also von wegen, willst du es dir nicht nochmal anders überlegen? Halt, Moment. Du musst dir nicht sofort antworten. Lass mich einfach mal die Orte auf deiner Karten-App markieren. Und dann muss ich die Herrscher-Pokémon vermutlich rumtreiben. Okay. Aha, Übertragung der Daten. Über Blauzahn. Herrscher des weiten Himmels. Herrscher der Steingestirten, Herrscher der verbogenen Stahls und Drachen-Pokémon gibt's auch noch. Der Pfad der Legenden. Warum auch immer, dass jetzt so eine komische Randmarkierung haben muss? Aber okay. Okay. Hm, genau, ohne Teile erzähle ich dir später. Okay. Aber hier nimmt das kleines Dankeschön dafür, dass du mir zugehört hast. Zack, den Sternenstaub. Das bringt 1000 Pokodollar. Glaube ich zumindest. Also dann, denk schon mal drüber nach. Okay, ich glaube, das wäre dann sowieso gleich ausgegangen. Oh. Nein, ich werde angerufen. Ich움. Und das ist jeden Tag. lekunde. Wo ser pastel ist. Wo serSay. Was bin ich eigentlich Monie? Oh. Ich bin unser唉. ich bin unser Ayen. Se shoes am Entonces. Muss dir müssen ja sein. Dann es nicht mehr. lassen. Ich will sehr gut. Und es hilft.